Musik Musik Und jetzt war er alles still bereit Wir heißen Sie hier Herzlich Willkommen bei Ender-Blo-Walls Und jetzt, liebe Damen und Herren, heißen wir die Hause mit einem großen Applaus, die ihr herzlich willkommen. Wir begrüßen, der Rufo zur Runde Graz, mit der Kapitalin Elfa Pappert. Freundschaftliche Menschen, sie schauen sich viel wieder auf, noch lecken sie sich vielseitig zu. Auf der Insel kann man schon mit Ablösenblicke verraschen. Wer holt sich, denn nächstes Sie in der Best-of-Band-Final-Serie. Die Wahlkits sind Julia, Maria, Anja, Lisa, Rosin und Elisabeth. Noch einmal für die Fans das Schiedsrichter. Erster Schiedsrichter ist Gerhard Hasel Schumacher. Zweiter Schiedsrichter ist Peter Kjanzer. Das Schiedsrichter steht bereit, die letzten Worte von den Trainern an die Teams. Und wir machen gleich weiter mit der Prästation der Startup-Players. Wie immer beginnen wir mit dem Gäste-Team. Heute in Reitspiel aus Gank und die Spielmannschaft der Kärnten beginnt folgendermaßen. Mit Nummer 7 zum Spielerin aus dem USA, Ebu Tetterin. Mit Nummer 3 am Auslandweg, Maria Ekole. Mit Nummer 15 am Mittelpunkt, Nicolina Bayes. Mit Nummer 17 am Auslandweg, Sophie Reiner. Mit Nummer 18 aus der Auslandweg, Anna Bayes. Mit Nummer 22 am Mittelpunkt, Noelle Proigo. Mit Nummer 10, Julia 4. Und mit Nummer 20, Dominik Kanadierin, Jessica Neitz. Betreut werden dabei gegen Reis von Coach Gerrit Vorkenberger. Zu den zwei Assisten-Trainer Thomas Van Dorn, Marco Schumacher. Die Blue Box wird quatschend einsam zur Start-Bestellung von unserer Kulferzelle Röntgen-Gras. Angefühle, Tudemann, von unserer Kulferzelle Röntgen-Grasse, ein Kulfer, Röntgen-Grasse, Röntgen-Grasse. Weiter geht's mit uns von Nummer 11, Süßkuhl, Sonnenkühle, Möbel Hefler, Spaßi-Grader. Und von Nummer 12 auf der Tribunal-Handler-Position. Zulatengattes Kulferzelle Röntgen-Grasse, Röntgen-Grasse, Leerhand. Mit Nummer 14 am Kulferzelle Röntgen-Grasse, 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 L Minnesota-Lirez. Rupt mit Nummer 16. ZulassungPEG, is woman, hospitalkulferzelle Röntgen-Grasse, 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 Röntgen-Grasse-Grasse, Die Anna, die Katze, Oberhauser. Mit solchen Brüder-Chefs, die immer von der Holz-Code, Christian Ezeko und seinen Co-Fairer, Martin Appel. Brüder, es ist angewittelt. Das dritte Flachspiel. Wir geben gleich vom ersten Punkt an Voll-Ax. Alle Arme gehen nach oben und wir quatschen gleich zum ersten Punkt. Brüder, es ist angewittelt. Wir bringen jetzt den Schwarzberger. Wir ... komplett abströmlich. Wir arbeiten jetzt mal. Wir arbeiten jetzt. Aber es ist mode. Wir arbeiten jetzt mit bop K當然. Wir, arbeiten jetzt mit Bop K alguém, wir arbeiten jetzt mit Bop K Gallery. Das ist der Sight Out. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich habe es auch geschlagen in diesem 6.12, das ist der Take-A-Shop. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Drei, zwei, eins, los geht's! Drei, zwei, eins, los geht's! Drei, zwei, eins, los geht's! Seid auf geschafft! Acht zu 13! Und mit Joy-Chi, den Reiter von Gas! Wir wünschen uns zum nächsten Series, Blue Box! Das ist das Lied der Rotor Chicks! Wir starten aus dem Lied! Läden ist der Schwarzenegger Sohn und die Hände! Neun, paar, fünf, 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 fünf! Wer nicht fällt, das ist der Song der Mädels! Ich schätze, die Hände! Der Schwarzenegger Sohn und die Hände! Das ist das Lied der Schwarzenegger Sohn und die Hände! Der Schwarzenegger Sohn und die Hände! Die Hände Glade mit Kreuzpüren und die Hände! Anwalt die Hände mit denen die Hände gelten! Die Hände berühren, die Hände verlangt! So, jetzt das Time Up genommen. Kommt gerne mit der Hand in den Pinnungsbaum-Megger. Die Pfennstiligkeit, den Saltz-Hörer, auf der Pipskraschung, Hörbugs. Die Pfennstiligkeit, die Pfennstiligkeit, auf der Pipskraschung, Hörbugs. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die größten neue Spielfeld, unsere Wacht, Lisa Konrad. Sie hat schon das letzte Mal den Umschlag gekauft. Gleich noch diesmal, Flick 2. Lachen! Lachen! 6.2. A Service in this. Applaus 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Und wir haben die Strong-Zenberg-Benz und Timmy-Karen, die nächste Service 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Das war's. Vielen Dank. 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 Yes. 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 Untertitelung. BR 2018 Ja, das geht jetzt auch. Das bedeutet, es gibt Satzbälle für den Rufer zur Rote Platz. Wir stellen einen auf für die Box. 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 Es bleiben heute vier Satzbälle. Wir können an den Stimmen bleiben. Und wir klatschen wir uns zum ersten Sight Out. 25 zu 20. Satzbälle für den 2. Gegnerplatz. Es gibt wohl was zu gewinnen. Es geht wieder um jeweils 2 Tickets für die Kratzer-Messe. Bitte die Ballung nach unten schmeißen. Gut, der ja leider 50 nicht behalten. Der 50 nicht jetzt bekommen. Gut, der zudem schon den Herdwerfer. Und auch den zweiten Ball. Gut, der wieder nachher runterwerfen. Wo ist denn derzeit? Neben mir steht jetzt unsere Nummer 3. Flo. Flo ganz kurz, bevor wir wieder spielen. Was sagst du zum Biss-Weich-Spiel-Lamen? Sehr spartig. Also ich hoffe nicht, dass es wieder fünf Sets wird. Aber wenn es nicht so weiterspulte im letzten Satz, wird es gut ausgehen. Alles klar, so soll es sein. Wir machen nur eine kleine Lautstrecke. Und wir gehen diesmal ganz rechts. Diesmal werden wir auch eingetellt auf diese Verbühle geworfen, die am anderssten ist. Also ganz rechts von mir aus gesehen. Los geht's! Okay. Wir schauen weiter. Wie ist die Stimmung links? Ist, glaube ich, noch machbar. Wie ist die Stimmung in der Mitte? So. Natürlich werden wir vor uns ein-quatschen. Oder wir klatschen, Flo zum nächsten Wurf. Und gefangen. Sehr gut. Zweiter Ball. Ihr könnt ja noch einmal laut klatschen. Und probat. Wer möchte den Ball fangen? Der steht ein bisschen auf. Und... Servus! In der letzte Reihe. Ball ist gefangen. Bitte mit Ball kurz darauf gekommen. Dann gibt's irgendwie Eintausch der Bälle für die Gäste. Bitte auch einen größeren Applaus für unsere lieben Frau, die Tollglocke Erdler. Ein unglaubliches Ballgefühl gewesen. Kommen Sie doch einmal rein. Die Tollglocke Erdler! Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiieiiiieiieiiiiiiieieiiieiiiiea..... mit großem Abstand gesichert. Ganz anderes Bild dran im Satz Nummer 12. Nur dieser Kontrat, unsere Nummer 8, ist der Umsprung gekommen. Sie hat gemeinsam mit uns Nummer 13 die Rede für die Mände gesorgt. Jetzt geht's mal los bei 19. Und eröffnen wird diesen Frieden-Burchtrag. Unsere Nummer 14. Wir haben die Simmerwäsche. Wollt ihr gehalten sich gleich? Gemeinsam mit unserem Verein geflogen? Wir klatschen und schreien mit. Komm auf die Box! UVC! 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 Das war's. 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 Das war's.